Auf geht's! Hafen von Darkwater. Pierce nahm den Fall Hawkins an. Die Künstlerin wird vorgeworfen, den Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Die einzige Inweis ist ein verstörendes Gemälde, das sie ihrem Vater hinterließ. Die Absenderadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangsort für Pierce Ermittlungen zu sein. Na dann? Hmhmhm. Wird schon schief gehen. 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 Amen. We're almost there. Amen. The Scylla. Also liegt hier wahrscheinlich auch irgendwo Scharubtes rum. Mhm. Das sieht ja sehr einladend aus hier. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzhawai. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? Ah, a sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Ah, nice young woman. And a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbormaster's Office. Mhm. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Alright, vielen Dank, Sir. Ah, mein lieber Scholli. Das... Ah, das ist doch einfach doch eklig. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know who killed it. Don't put that beast back in the water, you scheisters. You're crazy. The same goes for you, Sir. Move along. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You don't put that beast back in the water, you scheisters. You're crazy. You can see that I'm busy, can't you? Wow. You can't understand. You're not sailors. Oh, yeah. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Don't put that beast back in the water, you scheisters. You're crazy. They're cops. They can't understand. It looks very ugly, what's happening with this creature. Well, let's go to the stranded wall. Prohibition. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Ah, zur Zeit der Prohibition. Interessant. Und ja, ich weiß nicht, wann genau die Prohibition in Amerika war, also. Nehme ich mal an, dass es so 1924 jetzt war, weil wir das jetzt so hier spielen. Mal gucken. Was gibt's denn hier so Feines? Wow. Hey, be careful. Piers, du bist ein Arsch. Ach, wir entschuldigen uns mal Instinct. Ich bin wie ein Hahn. Und ich entschuldige mich. Veteran, oder? 307th Infantrie Regiment. Oh, das wird okay für jetzt. Aber die Krieg ist vorbei. Ich versuche nicht zu vergessen. Ich bin hier für Informationen, nicht für eine Waffe. Ich mag es so. Ich spreche, dann. Ich habe das Recht, zu antworten oder nicht. Ich habe das Waffe, der Gäste, der Gäste, der Gäste. Ich bin der Mann, der Fertig ist. Was kannst du mir erzählen? Wir alle wissen, dass sie auf der Mainland war. Für ihre Schilderungen. Never understood why, then I don't want to speak ill of the dead. Her vision, was it so terrible? The way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, Who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable? You need to see them for yourself. Make up your own mind. I've got what I need. Anything else? The Stranded Whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater. When our Whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? Ah, one on the glass. I wouldn't say no to a glass. Try this. I think we'll get along well. Hmm. This would then change your life. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins Warehouse. I see. Yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there were rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams. That sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Ne, das reicht schon. That'll be all for now. Hm. Interessant, interessant. Da kommen also nachts Schreie aus dem Lagerhaus. The miraculous catch. Apparently the most significant event of the land. The last 80 years. Well, in there. In there. In there. And there you are. Bedeckte der Walfisch das gesamte Deck und hinkt teils darüber hinweg. Sie können ihn über Ihre Lieblingszeitung erreichen oder ihn am Hafen antreffen. Festlichkeiten im gestrandeten Wal. Anlässlich der Rückkehr der mutigen Walfänger lädt die Schenke zum Gestrandetwahl zu einer außergewöhnlichen Gratisverkostung ein. Bringen Sie Familie und Freunde mit und kosten Sie den Wundersammenfang. Jeder bekommt eine Flasche Wahltranen. Zögern Sie also nicht. Ja, ich werde zögern, ich bin gegen Walfang. Das sollte ich hier vielleicht nicht zu laut sagen. Hallo, m'lady. Was schaust du an, Stranger? Ich habe wenigstens eine Frau gesehen, die ihre Lücher so sicherlich behalten kann. Was gibt dir das Recht, mich zu beurteilen? Es war ein Kompliment. Also was? Lass mich trinken, Stranger. Wow. Wir erwachen uns sofort, Freunde. Naja, da haben wir jetzt scheinbar hier erstmal nichts mehr zu sehen hier. Okay. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber das sieht sehr eigenartig aus. Na gut. Ich stapp mir mal den Hafenmeisterbesuch ab. Gut, doch. Darf ich eintreten? Nein, ich kann's. Okay, alter Freund. Wie geht's jetzt auch? Ich brachte die Charles Hawkins Cargo-Manifests. Die sind auf der Tafel neben dir. Aber in Wahrheit sind du sicher, dass du zufrieden bist. Wenn du fertig bist, komm, mich auf dem Deck. Okay, vielen Dank, der Herr. Noch wenige Daten sind lesbar. 1890, 1907 und ein Teil eines anderen Datums. Der Rest des Dokuments wurde geschwärzt. Warum würde jemand diese Informationen verbergen wollen? Kapitän, die Abmachung ist klar. Halt deine Leute im Zaun. Du kannst es dir nicht leisten, um zu provozieren. Du musst nicht antworten. Gib den Überbringer einfach deine Zahlung. Kat. Okay, der alte Mann schuldet Geld einer Katze. Hallo, alter Kumpel. Zephyrus. Zephyrus. Ich weiß, dass Charles Hawkins wurde aus einer Familie von shipwärts. Und die Islander Fischungindustrie wurde verletzt. Ja, wir spezialisieren in Wailing. Aber keine Wailer kamen nach dem Wagen nach dem Wagen der 1847. Also, woher die Hawkins-Familie bekommen ihre Geld? Well, aus dem, was Charles hatte, glaube ich. Obwohl, diese Daten auf den Manifests könnten, dass er eine andere Art hat. Mit dem, ich frage? Mhm. Ich bin gerade aus den Wurzeln. Der Todeslager ist unsettlich die Sailors. Ah, ja. Wir Menschen von der See sind super-spitierende Leute. Die Todeslagerer haben keine viele Prädatoren. Das ist wahr. Und normalerweise nicht sie hier finden. Aber, ähm... Du kannst mich für eine Fülle nehmen. Mach es mal. Habt ihr gehört über die Däpfchen? Trenches, die in die Erde plunge in die Erde, und die schädelte creatures nicht wie andere? Du sprachst über Mythologie. Ja, das stimmt. Die Polizei hat die Entscheidung, um die Killer Whale zurück in den Meer zu stellen. Du musst sie verstehen. Sie wussten nicht, was sie damit zu tun. Ich glaube, das war ein Fehler. Wer sagt, was die Wurzeln von diesen Wurzeln ist noch nicht in diesen Wurzeln? Hm. Du denkst, wir sollten es behaupten? Um es zu schauen, die reale Wurzeln von der Wurzeln, zumindest. Die Miraculose Catch. Ist es eine Lege? Nicht überhaupt. Es ist ein Episod von unserer Glorious-Past. Geh, die Geschichte von den Sailor zurück zu Darkwater Harbour. Es ist auf dem Wurzeln von der Stranded Whale. Ich habe eine Lege verletzende Angelegenheit, von einem bestimmten Katt. Was? Ich bin nicht verstanden, dass du auf meine Harbormaster'in beherst, aber ich würde es, wenn du nicht durch meine Wurzeln hast. Du bist ein Blackmail? Nicht genau. Na gut, wenn er meint, dass er keine Hilfe braucht. Entstanden. Du kennst, wer das Gebäude anbelangt, nicht wahr? Es an der Hawkins-Familie gehört. Precisely. Ich denke, dass jemand hier hier möchte, mich für dieses Werkzeug zu suchen. Ich werde auf meinem Weg sein. Also, komm zurück und siehst mich, wenn du etwas Neues hast. Natürlich. Einen Charakterpunkt erhalten, okay. Kann ich hier dann quasi wieder eingeben? Mal gucken. Verbessert wer? Ah, okay.